Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video Tutorial. Diesmal geht es um Vorbereitung von Bilder für Webseiten. Ich habe jetzt hier eine PowerPoint-Folie, die möchte ich in eine Webseite einbinden. Ich benutze dazu das Snipping-Tool, dass ich dieses Bild mir erst einmal sicher. Hier klicke ich auf Neu, dann wird das Ganze so abgedunkelt und mit meinem Steuerkreuz, mit dem Cursor, kann ich hier so einen Rahmen aufziehen. Und dann habe ich das Bild abfotografiert und kann es entsprechend speichern. Das Ganze habe ich schon vorbereitet. Ich habe hier Orten angelegt mit den Originalbildern. Man sieht hier, die Pixelgröße ist ziemlich groß und wir haben auch 96.0 per Inch. Und für die Webseite brauchen wir sie viel kleiner. Ich habe jetzt hier auch schon Bilder vorbereitet. Ich habe es schon umbenannt und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie man mehrere Bilder dann entsprechend umwandeln kann. Dazu benutzen wir ein neues Programm, Iron View. Wir klicken auf Datei, auf diese Stapelverarbeitung, also Batch-Konvertierung umbenennen und dann kriegen wir ein neues Fenster. Jetzt müssen wir erst einmal die Dateien suchen. Okay, hier sind die Originalbilder. Die wähle ich entsprechend aus und sage hinzufügen. Und hier bei Sätzen können wir jetzt die entsprechenden Größen einstellen. Also wir brauchen erst einmal die Vorschaubilder. Die sollen 400 Pixel breit sein. Wichtig ist, dass hier das Häkchen gesetzt ist bei Proportional, damit die Bilder sich nicht verzerren. Und der dpi-Wert, der ist hier schon auf 72 gesetzt. Und genau die Auflösung brauchen wir für Webseiten. Jetzt wäre noch interessant die Umbenennungsfunktion. Man kann es nämlich so einstellen, mit $n bleibt der Originaldateiname erhalten. Und dann machen wir noch so einen kleinen Unterstrich. Und wir speichern ja das Ganze unter Vorschau. Also das sind die Vorschaubilder und später die großen Bilder sind die Pop-Up-Bilder. Also nennen wir den Dateinamen Vorschau. Hinten das Nummernzeichen. Hier haben wir die Möglichkeit, die Bilder noch entsprechend durchnummerieren zu lassen. Dann wäre es noch wichtig, einen Pfad anzugeben, wohin die Bilder gespeichert werden. Die können wir jetzt im gleichen Ordner speichern. Wir können sie aber auch auf verschiedene Ordner aufteilen. Also wir haben hier den Ordner Vorschaubilder. Und dann geht es auch schon los mit Starten. Das ging ziemlich schnell. Beenden das Ganze. Schauen in den entsprechenden Ordner rein. Und hier sind die Bilder auch entsprechend drin. Also das heißt, wir haben den Originaldateinamen Vorschau. Es sind Vorschaubilder und die sind auch noch durchnummeriert. So, wenn wir uns das Ganze mit GIMP anschauen, Bild, Bildeigenschaften, dann sehen wir Größe, Breite 400 Pixel mal die 225, weil es eine proportionale Größenänderung eingestellt war. Und die 72.page. Und die 72.page. Okay.